Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und ja leider ist es wieder Resource Packs of the Week, das liegt daran, dass ich die letzten Tage erkrankt war, nichts anderes aufnehmen konnte und mein Internet nicht wirklich funktioniert, wie ihr sehen könnt. Ist alles perfekt, wir joinen mal kurz, dann seht ihr mal wie es so ist. Ist nicht ganz so schön, muss man sagen. Ja, ich hoffe, dass bis Montag mal wieder ein normales Video kommt. Und ich hoffe, ihr könnt es verstehen, kann ich halt nicht ändern. Kann ich echt nicht ändern momentan. Ja, ich hoffe, dass das okay ist. Ich habe auch die, weil ich letzten Tage krank war, habe ich die Folge jetzt auch so gemacht, dass ich die Packs nicht extra kommentiere. Also ich kommentiere die nicht extra, das würde auch nicht viel bringen, weil ich letzten Tage krank war und das da schon aufgenommen habe. Ja, ich hoffe, das sind eigentlich echt coole Packs. Ich hoffe, dass sie euch gefallen. Ich hoffe auch, dass die Serie euch gefällt. Lasst gerne einen Like da und ihr könnt auch ab der nächsten Folge, ab jetzt halt zur nächsten Folge immer ein paar Packs in die Kommentare schreiben oder Links in die Kommentare machen, wo zum Beispiel ein cooles Pack zu finden ist, was ihr gerne noch drin haben würdet. Vielleicht, wenn ihr findet, dass es ganz cool ist. Und ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Und viel Spaß mit dem Video. Ciao, ciao. ! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.